Gibt's ja nicht mehr... So, ich zog gerade noch auf Turniere mit ... äh... es gibt ein Kiel, aber die hat noch nicht mitzockt, es ist ab 9K. Das ist einfach so geil. was denn sie heißt denn das das wird ja es wird wirtschaftvoll oft aber so deswegen das ganze mit dem nicht meintest du das ja er war es so und das ist eigentlich kein richtiges zu mir es ist einfach von aber das dann bekommt man überhaupt was ich hab mich das nicht zu schlau gemacht bestimmt kein Preisgeld das glaube ich nicht aber warum dürfen wir da nicht die Städte sehen ich sehe grad du bist extrem low ich hab eine Technik gefunden ich guck mal ich sehe hier keinen aber auf jeden Fall sind hier noch welche einer ist bei dir oben hello aber einen kleinen Hit ich finde eine ganze Gegner eigentlich ganz normal ich finde die jetzt nicht stärker als meine ich hab mir auf deine ein kleiner Hit noch ich hab ihn aus Versehen mit Bandaten ich hab ihn von hinten einfach so ich dachte du wirst äh ich dachte der Gegner äh ich hab mir aus der Sinne mit Bandagen-Bazooka sogar abgeworfen egal war nicht wichtig ich hab Bandagen-Bazooka ne kannst du nicht im Leben von mir ja ich hab ein ach so aber musst du nicht gehen ich kann dir einfach Bandagen-Bazooka geben ich kann dir einfach Bandagen-Bazooka geben die Pistil die ist voll OP da brauchst du keinen kannst du das Metgator aufbauen komplett leer holy haggis und gar alles leer war bloß zwei drei Gegner schade dass ich den Chat grad nicht gucken konnte goldene Pistil es ist die OP-ste Waffe die ist je gar ja ich zock die grad selber ich find die voll die gibt's ja noch die ist voll OP zum Sprayen ne aber wir müssen rein vor allem wenn du in so ner Dings in ner Box drin bist ist die mega OP weil ihr erstes Wort einfach nur schnell flügern danach hast du das ganze weil du machst ja 56er Headshots wenn du 4 Schüsse machst ist er tot und das kann sprayen fast so schnell wie ne SMG wenn deine SMG macht höchst die 36 Schaden pro Tost noch einer du bist da da sind zwei aber ich hab mich zurück versuch dich zurückzuhalten haben sie dich überhaupt gesehen die Farben damit ist das gut für uns aber ich brauch nicht dieses Arena World auch wenn du jeden Typen da finden kannst voll komisch warum das das überhaupt gibt ich sehe sie ich kann man jetzt kann schon mal jetzt können wir angreifen greifen mal an der Schiff so ok da greife ich an jawohl 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 der eine Snap von der anderen Seite ich hab ihn zugebraucht ich hab ihn zugebraucht von der anderen Seite ich hab ihn zugebraucht so auf der Welt so dass ich meine Form jetzt z z er hat nichts besonderes auch auf Fische wie ein Kannibale sonst ist ja nichts. Oh, Raketen. Hier hast du ein bisschen Raketen. Zwei Stück. Ja, okay. Dann kann ich meine Grüne benutzen. Jetzt ist sie gut. Wir sind wenigstens jetzt mal zu zweit. Mit dem Raketenwerfer. Ah, hier ist doch ein bisschen Loot, ne? Das ist noch ein bisschen Looten. Und die Sohn kommt. Ich hab ihn wieder vergessen. Wir haben ja einen Mini und dann gehe ich los. Ich nehme die Bandagenbesuche einfach mit. Und wirf doch immer mein Spiel wieder raus. Egal, jetzt habe ich nur ein paar Mal, weil ich meine Bandagenbesuche... Ich hab Fische. Nee, 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 nee. Ich bin lieber nicht, lieber nicht. Ich bin lieber beides. Weil ich hab Fische. Nee, da komm ich gleich. Ich glaube, ich bin jetzt nicht gerade auf die Blau-Pump. Ich hab wieder Bock auf die One-Pump. Das war schade, dass ich den Chat gerade nicht gucken konnte. Jetzt kam noch kein Internet. Es hat dir auf jeden Fall jemand was gespendet, aber mehr will ich ja nicht. Sag mal, wer hat was gespendet. Icronix. Ein Euro. Danke für deine Spende, Icronix. Ein für dein. Ein Euro, wie immer. Danke dir. Komm, bist du Gegner? Ich komme langsam. Bleib noch stehen. Haben die dich gesehen? Bleib noch stehen einfach. hat ja nicht so weit schaut komme kommen wenn man er muss kurz noch überleben so kann ich glaube nicht dass ich komme gleich ich bin da hab einen habt einen passt habt einen Oh, das ist geil. Es können die Flossen. Oh, schlug! Oh, da lag ich nicht. Es ist egal. Mann! Dann haben wir die ganzen... Ops. Haben wir es nicht falsch gebaut. Mach. Let's go weiter. Wir müssen direkt los. Nimm schnell mit. Und wir müssen direkt los. Na, es ist weiter. Das heißt, ich war wieder so eine geile Runde wie vorhin. Ich hoffe auch, hast du ein bisschen Armonie? Ja. Ach, 90. Dort liegt in meinem Weglauf. Damit auf jeden Fall keine Zeit verschwindet und einfach durchgehen. Nicht mal markieren, einfach durchgehen. Ah, jetzt nur truhe. Bandagen liegen hier noch. Aber ich glaub, die kannst du nicht kosten. 6, 4, ich hab 3. Ich hab auch 3. 6, 5, insgesamt. Das ist gut. Wir haben jetzt plus 20. Und du hast immer noch minus 20. Das kaka ganz weit, lass die aber in Ruhe. Einfach jetzt, guck mal, gleich bekommen wir Top 25, dann ist es perfekt. Aber wie können die abstillen vielleicht? Weil die können ja, sie müssen ja direkt mit... Alter, wir müssen ja mit denen fast. Stimmt, stimmt. Nicht sprayen. Die müssen ja fast mit uns, ne? Deswegen, pass auf, Spray ist man nicht. Wenn die dann vielleicht... Spray die erstmal nicht, lass es erstmal. Weil die gehen ja direkt in unseren Zone-Verlauf. Dann greifen sie uns ja direkt an. Das wär nicht so geil. Also spray die bitte nicht. Und lass uns einfach bis zum Zone gehen und dann die sprayen. Das wär jetzt so das Trunkste. Soll wir zum Lootrop gehen? Keine Ahnung. Ich glaub jetzt bleiben. Wir müssen hier ein bisschen weiter und dann auf den Berg. Und wenn sie dann rauskommt, sprayen wir sie. So geht das. Nicht richtig. Angriffen sondern sprayen. Gegner bei mir? Irgendwo ich hab alle nichts. Ich weiß, die sehe ich auch. Aber das ist jetzt gerade nicht wichtig. Ja, zwei Hits. Der ist alleine. Ah! Wenn nicht mehr. Hab ein Hit. Hab ein Hit. Er schmeißt mir eine Granate zu. Er hat runtergeschossen. Er ist unsere. Aufhin! Wwerb hier schnell. Er ist hoch. Oh boi! Jawohl. Er war mega hoch. ja wo es viele Punkte gemacht ich schnell zu neustausch ich kann das noch schaffen wie es kommt ja ich kann das easy schaffen ja geil kann ich noch nie ich glaube ich gibt dir dann mein Sturmgewehr ergeblich ein paar Stunden ich laufe da einfach wieder dahin und wenn ihr was das heißt das ist ein guter Badyschutz da bin ich nur ein bisschen abknallbar guck mal wie schnell das ging ich bin ich bin ich bin dann los geht's ich glaube erst mal ich glaube erst mal warten du kannst sie sind ich muss direkt los an die Lieblingsschule das macht jetzt schon circa 5 x ich nehme die Pamp mit die und die ich als nächstes auch das war knapp die oder die Funderlaken Bickness und ich muss das noch wegnehmen gut ja das tut natürlich wehne ich krieg ein Bickness und da muss ich weggehen müssen irgendwie Glück haben und ne paar jenen kämpfen die Lass mal zu gut gehen Lass erstmal noch nicht sprayen ne Spray später ich brauche ich erstmal bis in Metz ich weiß aber ich hab ich hab nur siebenhundert oder so oder 80 okay ich warte müssen ich musste direkt Metz gehen das erste Mal zu tun gelegt du brauchst es jetzt mal weil ich hier oben wahrscheinlich gegner sind ja da liegt ein paar schon sicher das ist Glück Hans magst du genau noch das ist gut Sturm wir noch mal essen G okay hier ist einer habt ihr einen habt ihr einen kommt schon die ab 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 ich habe ja vergessen die zu prob noch weh aus ab 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 Postbögen die Doppelstau das ist gut die Gnitz zwei Stück Prozent wenn er aufsteht das ist ein das 6 ja auch dann auch verkehrt das zu machen dann lasst es von den Austen bei Doppel-RefiG-Post dann nimm lieber Minis haben wir beide Minis die da oben Alter! Da steht ne Flagge! Die haben es eingenommen, Brudi! Hinter uns! Zwei Stück! Ab ein! Bei mir! Hab ihn! Ich hab beide ne 8 Kills! Digga, diese Runde ist besser als ich auch so eine Runde! Ich hab 10 Mets, ich hab 10 Mets! Aber ich komme, ich komme, komm schnell her, komm schnell her! Ich kann die nicht mehr geben, nimm! Dann hab ich auch nur so noch! Müssen die abstillen! Aus den Typen abstillen! Das ist der Vorletzte! Okay! Kann ich vielleicht die Metschen? Ja, ich kann nicht hier fullmetzen! Liegt bei mir! Fische! Flotten Fische! Nimm und nimm alles! Jetzt! Hast alles genommen so! Die letzten sind so oben! Und soll ich 6 mitnehmen? Soll ich 6 mitnehmen? Die kommen zu uns! Die kommen zu uns! Das sind die letzten! Müssen diesen Win holen! Da haben wir 12 Kills, Brudi! Wo sind die denn? Ganz genau! Da vorne! Wir müssen los, ne? Auf der anderen Seite bauen! Ich schieße eine RPG einfach mal! Damit sie weitergehen! Springt ab! Er versucht uns zu sprayen! Ich baue! Wir gehen weiter! Weiter! Ab ins Haus! Ab ins Haus! Das Haus ist jetzt gerade so geil! Ab ins Haus! Ab ins Haus! Komm ins Haus! Erstmal hier! Erstmal hier! Ein bisschen Job erledigen! Und vielleicht noch ein bisschen Farm! Okay! Er kommt näher, ne? Ich kann jetzt anfahren! Hier komm mal, ich hab viele Rockets! Noch mal! Gut! Ah! Ich bin noch mal! Na, schon voll! Ich bin schon voll! Alles gut! Schieße drauf! Die müssen jetzt fallen! Ne, sieh dich, Digga! Weil lass sie einfach! Geh weiter hier! Bleib hier stehen und bau dich ein! Bleib einfach stehen und bau dich ein! Und warte auf die! Ich hoffe bei denen ist nicht die so und so Zins wie auf Arschlaut! Ja! Die müssen runter! Ja! Die müssen zu uns! Ich schieße schon mal einen RPG rein! Moment hier! Ich brauche dir ein Tun! Ich seh das hier grad auch! Ich schieße nicht wieder! Alter ich schieße nicht so ein Bradbett! Oh, das war, Digga! Kante! Schießen soll jetzt! Na gut, die haben gleich keine Metzwerke! Wir müssen angreifen gleich! Wir kommen, wir kommen! Ah! Ich hab sie runtergeschossen, beide! Sind beide bei mir! Ja, ich weiß! Hab einen! Du bist schon gestorben! Headshot! One hit! One hit! Jawohl! 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 Er stirbt! Lass ihn drinnen! Er wird sterben! Lass ihn! Ja! Ja! Brudi! Warte! 14 Kills Arena! Hahaha! Was für ne Bombe Brudi! Was für ne Bombe! 14 Kills! Warte!